Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Damas y Cavalieros. Ich darf euch begrüßen zu einem weiteren Infovideo über Call of the Wild, The Hunter, Call of the Wild. Und denn gerade ist der Teaser-Trailer zur neuen Map gekommen. New Reserve coming soon, wey yo. Und zudem gab es gestern noch einen Livestream von Expensive Worlds, in dem gesagt wurde vom lieben bärtigen Jaxi, dass die neue Map Sundapatan heißen wird. Wer hätte es gedacht? Sundapatan. Und zusätzlich wurde noch erwähnt, dass der neue Great One nicht auf Hirschfelden und nicht in Layton Lake vorkommen wird. Also Leute, ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Trailer an. Und ich kann mir sogar schon vorstellen, welches Tier der neue Great One wird. Heftig! Also wir haben ganz deutlich im Hintergrund gehört. Guck mal, hier haben wir wahrscheinlich das Mundjack. Es ist Sommersonne, Kaktuspaelia in den Bauch. Die Blätter sind grün. Es chillt hier und man sieht, wie sich was anschleicht. Und ich habe mir auch schon gerade die Kommentare angehört. Und auf jeden Fall, da geht jeder massiv von einem Tiger aus. Und ich glaube auch, dass es ein Tiger ist. Wollen wir uns kurz mal anhören, wie ein Leopard klingt, wenn er brüllt? Komm, machen wir kurz. Nein, also guck mal, ich habe jetzt mal einen Schneeleoparden genommen. Ja, das hatte ich eher angehört, wie ein Esel, Leute. Also wenn das aus dem Trailer, aus dem Teaser kein Tiger ist, dann eigentlich Bibi Blocksberg. Ja, ganz easy. Something else hunts hier, tu. Also das war ganz sicher, das war ein Tiger. Ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen hier unter dem Video. Alle wirklich Tiger, Tiger, geil Tiger. Neue Gänseart. Die ist das, ob es jetzt wahrscheinlich schon neue Gänseart, als ob die da jetzt Kanada-Gänse reinpacken, oder? Also und natürlich, man sieht hier hinten Berge und nach Schneelandschaft, also je nach Himalaya, sieht das nicht aus, ob hier ein Schneeleopard laufen würde. Wie gesagt, ihr könnt mal gerne alles in die Kommentare schreiben. Ist das ein Tiger? Ist das kein Tiger? Oder handelt es sich um Indien oder Nepal? Indien kann es natürlich auch sein. Gestern im Stream wurde nicht gesagt, ob das Ganze Nepal oder Indien ist. Aber weil Tiger gibt es in Nepal, Tiger gibt es aber auch in Indien. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Erster Teaser kam raus, auch ganz locker. Und ja, was haben wir hier? Wir haben hier einfach auch entspannte Bäume, wie so ein kleiner Dschungel, wisst ihr? Ja, diese Bereiche, die werden halt ein bisschen, die werden halt ein bisschen schwierig zu bejagen sein, würde ich sagen. Aber wenn hier hinten dann so ein Tiger lang schleicht und den gibt es in Weiß oder in, keine Ahnung, in einer anderen Rare-Farbe. Und ich kann mir sogar vorstellen, das müsst ihr ihm auch mal reinschreiben, wird, wenn es ein Tiger sein sollte. Ich will hier nicht irgendwie sagen, das ist ein Tiger, am Ende ist das, war das irgendwie, am Ende liege ich falsch und das ist einfach, keine Ahnung, eine Ziege und hört sich so an wie ein Tiger, wisst ihr? Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn der Tiger rauskommen sollte, das ist ein Tiger, da müssen wir doch gar nicht diskutieren, oder? Aber ich will mich nichts festlegen, sonst bin ich am Ende schuld. Wenn es ein Tiger geben sollte, dann glaube ich, wird das der neue Grey-Farbe. So, kann ich mir, also kann ich mir nur so vorstellen. Natürlich bin ich auch sehr gespannt, wie so die Landschaft dort aussehen wird. Magic-Professor, Biologe, er war noch nicht in Indien, auch noch nicht in Nepal. Vielleicht wart ihr schon mal in Indien oder in Nepal. In der Natur gab es da auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es dort so was wie Felder gibt, ne? Felder, Wiesen, dann vielleicht so ein bisschen Dschungel, Berge und so. Guck mal, das Mundjag, wie süß das da am Snacken ist, ne? Auf jeden Fall nicht in der Gruppe, sondern alleine, ganz alleine und der böse Tiger kommt vorbei. Elefanten in Indien gibt es natürlich, am Ende vielleicht gibt es auch Elefanten, aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es gab mal eine Szene, da hat der Jaxi so ein bisschen geschmunzelt und meinte dann eben, joa, ausgestorbene Tiere werden, denke ich, nicht kommen. Aber wir haben auch am Anfang gesagt, dass der Elefant nicht kommen wird und hat dann geschmunzelt, ne? Aber trotzdem glaube ich nicht, dass der Elefant sein wird. Der Tiger, welche Waffenklasse? Meint ihr 9 wie der Löwe oder meint ihr eher 8? 7, bisschen klein, ne? Eher 8 oder 9? Ja, naja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr es gut fandet und wenn ihr Bock auf den Tiger habt, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr gehypt seid auf die Map, dann lasst gerne ein Like da. Und ja, das war euer Magic, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.